So, weiter geht's. Mit Let's Play Half-Life 2. Da-da, da-da, da-da. So, wir werden sind immer noch in der Stadt, die ich nicht mag. Ähm, ja. Oh-oh. Okay, da unten ist Bohnen. Kein Wasser. Äh. Uah. Ich bin Gordon Freeman. Ich kann endlich weit springen. Wow. Au. Da unten ist was. Verdammt. Okay. Ich habe auch keine Granaten mehr. Äh, ja. Komme ich nochmal hoch? Ich brauche dann dieses Sprengfass, bitte. Au. Au, au, au. Nein, 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 nein. Wow. Boah, scheiße, fuck, 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 fuck. Ja, komm, lass mich in Ruhe. So. Gibt's hier nicht einen schoneren Weg runter? Äh, dahin, dann dahin. Von da aus dann, äh, dahin? Au! Was für eine geile Taschenlampe, leuchtet die weiter. Treff ich die denn überhaupt? Nein, 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 nein. Doof, 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 doof. Ah. So. Äh, ja. Ich hoffe, das geht jetzt mit. Au! Ha! Hallo? Ah, ja. Halt still! Munition verbraucht. Die Magnum ist das Non-Plus-Ultra in dem Spiel, ey. Nein! Nein! Pst! Ah. So. Jetzt geht's los. Ah. Ja. Hier sind so viele Sprengfasser, das irritiert mich. Scheiße, du hast mich doch bestimmt gerade umgebracht. Hä? Ja. Hä? Zisch! ab. Mann. Warum kommen die auf einmal alle her? Boah. Au. So. Komm, wir spielen Baseball. Ui, ui, ui. Dämliches Drecksvieh. So. Sind jetzt alle tot. Na super, Lampe ist auch leer. Gut, nehmen wir wieder die Brille. Na komm, komm, komm. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah ja, wo muss ich jetzt lang? Versteht ihr? Oh, ne. Da ist dieses eklige Vieh. Ha ha ha. Oh, nein, 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 nein. Doof, doof, doof. Loft, loft. Ah. Nein. Doof, doof, doof. Hallo. Ah. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ach, das ist da oben weggebrochen. Deshalb bin ich runtergefallen. Doof, 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 doof. So, ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. Wenn ja. Then I have a little problem. Soll ich mich hochziehen lassen? Gleich hat der ja Munition. Na? Bounce! Ich glaube, da oben liegt was. Ha 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 ha. Scharfes Auge. Naja. Habe ich schon mal wenigstens wieder was hier für die Schrotflinte. Hallo? Geht doch. Brenn, Lichtlein, brenn. Hmm. Oh. Oh. Okay. Okay.